Ja, ich komme. Ja, ich komme. Wir sind heute in einem Atelier. Es ist eine pépiniere d'entreprise, mit vielen Marken von Gliss, von graphisten und Leuten aus der Kultur Gliss. Ich mache grundsätzlich eine Planche von Skate. Ich mache mit Jouets, Puzzles und viele verschiedene Sachen, für die Kinder oder Artikel. Das ist gut mit der Planche von Skate, wie bei den Alchimisten, wir starten mit einer Planche von Skate, die in der Zeit ist. Wir können sich immer wieder anwärtslich sein, mit den Schünen, oder mit den Schünen, mit den Schünen oder den Schünen, und immer wieder anwärtslich sein. Dann gibt es noch viel benötig, mit den Schünen und den Schünen. Der Schünen ist die Welt. Die Welt, die zwischen den Schünen, die ich in den Schünen, auf die Jouets oder die Objekte, die ich in general schünen. Es sind oftmals aus dem Profil-Pikasso. Aber ich bin nicht nur von Picasso. Es gibt viele andere Artisten, dass es moderne Graffer oder viele andere Artisten, von vielen verschiedenen Bereichen. Ich behalte die Infantin- und die Spontanäne des Tracés-Directs. Ich habe nicht alle Zeit, oder Modelle zuvor, außer wenn ich Reinterpräte die Toile, wo es ein Thema gibt, wo ich Reinterpräte, wo ich spreche von etwas genauer. In general ist es sehr intuitiv. Ich bin autodidacte zu 100%. Ich habe keine Art und Art oder Skate studiert. Das ist gar nicht. Aber ich habe gelernt mit den Büchern und den Artisten, die mich inspirieren. Auf dem Titel, in der Skate, in den Skate, mit den Figuren und anderen Skateern. Ich habe ungefähr das gleich in der Art, zu sehen, zu sehen, zu sehen, zu sehen. Ich habe immer in der Welt gefangen. Ich habe immer in der Welt gefangen. Ich habe immer in der Welt gefangen. Ich habe immer jemanden dessen vor mir. Mein Vater ist Architekt. Mein Vater ist auch. Aber er macht den Design von Planken. Er macht den Dekos und Spray. Ich bin eher in der Mitte der Skate, mit den Rekupen der Planken und Dekorations für die Planken. Die Planken. Die Planken. Die Planken. Die Planken. Die Planken Die Pl Blockchain Die Pläne. Die Planken. Die Planken kann ichcible Evang mit zwei Combinden Meus verwщen an eine auf die Gärnisketze gelernt. Ich hab's an einen aufgemerktes einen Anfangjöriger between男Steruktur oder die es auch sehr besonders vor. Aber an dieser Zeit, die ich wirklich erste Mal zum ersten Mal war war, war das letzte Mal, wo ich mit dem Skate geteilt in der Art von der Produktion verabschiedet wurde, denn ich war von all meinen Sponsoren, und denn ich war wirklich mit ersten Expo. Ich war immer eine Teile, wo ich auch die Farbekleidung mit einer Reaktionale und ich die Begründung in die Farbe-Parte der Basis war, und ich war auch, was eine Krise, an der Ende meiner Skate-Kreise. für die offiziellen Zeit, auf die Pfeife und Exposition-Zeit zu leben. Ich mache einen großen Format in Teile, in denen ich nur die Pinsen und Acrylique benutze. Und dann, für die Jouer, auf die Planche oder die Format, ich benutze die Posca und auch die Pinsen Acrylique benutze, für die Fonds. Ich benutze diese Pinsen, die sehr genauer sind, sehr feuchten, sehr feuchten, und man kann viele Details machen. Das ist ein bisschen den Pinsen des XXI. Ich mache auch die Pinsen auf Papier-Crafts, um die Decouper in der Straße zu kommen. Das ist ein sehr lustig, um die Pinsen in der Straße zu kommen. Wir bekommen die Leute, die in der Straße kommen und sagen, was sie denken, was sie lieben oder nicht. Und in general, es dauert eine schwierige Zeit mehr als die Pinsen oder die Pinsen. Du coup, man kann auf den gleichen Ort, auf den gleichen Ort, auf den gleichen Ort, mit einem bestimmten Ort, oder auf einen Ort, wo es etwas weniger Exposiert, wo es länger dauert. Und das ist das, das, die Luden zu suchen, ein Ort, wo man einen Ort, wo man einen Ort, wo man einen Ort, wo man einen Ort, mit dem Papier-Crafts, mit dem Pinsen. Musik Für mich, der letzte Graal wäre ein bisschen wie Garnica, aber ich würde die Sagrada Familia wiederholen. Ein Skatepark, ein Skatepark alternatief, wo es so viele Oeuvres d'art sind und die Skate praktischen Spots, wie ein Museum in den Ölöffnen. Untertitelung des ZDF, 2020